Guten Morgen, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, so in einer neuen Folge von, äh, ja, Dört, Dört, die gern röhrte, ähm, mal was ganz anderes, mal ein Autorenntenspiel, wo ist meine Maus? Okay, gibt keine, ähm, ich hab schon ein bisschen vorgespielt, bisschen, also nicht wirklich, weil ich hab hier irgendwie so zwei, drei Autos, hab ich, was hab ich hier, hier hab ich irgendwie so ein, boah, furchtbar hecklastigen Fiat, äh, hier gibt's so ein Mini und noch so ein, äh, der war auch nicht ganz einfach zu fahren in der Alpine, Ähm, da muss man sich jetzt einiges freischalten, bis da irgendwann mal irgendwas, boah, das war immer mal durch jetzt, wir haben jetzt mal ein bisschen mehr Credits, aber das reicht noch nicht ganz, um da irgendein gescheites Auto zu kaufen, weil ich schätze, bei der Strados ist schon, ja, schon geiles Auto, geiles Auto, aber, ähm, ist genauso heck, weiß nicht, ob das besser ist, also, hm, das ist, äh, Minimalgewicht 960, das ist sogar leichter, Ja, ich würde mal sagen, wir, 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 wir spielen jetzt erstmal noch ein paar andere, ähm, Dinger, das ist auch heck, 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 hier kennen wir auch ein Allrader, Gruppe B-Allrad, 140, uh, uh, Wie bitte? Wir können jetzt ein Sportquattro-Rallye-Dingswungs kaufen? Ist die Frage, mit was ich ihn überhaupt fahren kann. Habe ich überhaupt irgendwie ihn? Kaufen könnten wir uns ihn. Oder auch den Peugeot 2005. Oh, Lancia Delta S4. Gut, das reicht nicht. Oh, die Quattro würde gehen. Okay, das machen wir doch einfach. Ja, sicher. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, gut. Gibt nur eine Lackierung. Oh, kann ich nur fahren? Äh. Äh, öh. Oh, Meisterschaft. Laufen, lalalala. Verwerfen. Oh, hätte ich jetzt... Okay, öps, hätte ich... Ups. Nein, warte mal. Zurück hätte ich jetzt irgendwie... Grupp A. Hier, da, Grupp B. Ach du Scheiße. Na, guck doch mal. Ich werde es so ablosen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sich diese Kiste fährt. Ach so. Äh. Ach du Scheiße. Ich werde es so ablosen. Ich werde es so ablosen. Oh Gott, die Breite ist dieses Ding. Ich kenne die Strecke. Oh. Zwei. Eins. Vorsicht. Ja. Was ist jetzt? Achtung, rechts, rechts, drei, über große Welle, inthalten, links, vier, Halt, lang, hundert. Hab ich jetzt... Oh, oh, oh. Links, Halt, überkomme. Abgewürgt. Achtung, rechts, rechts, lang, scharf, links, hundert. Oh, ein Prinz. Oder so. Links, Halt, überkomme. Ja, die quatschen eben ganz schön, ganz schön voll. Oh, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts. Oh, ein bisschen Einbremse. Links, sechs, über 100. Rechts, 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 rechts. Oh, das ist nicht schnell. Achtung, rechts, vier, macht zu, links, fünf, nicht schneiden. Rechts, 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 links, frei. Oh, 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 oh. In rechts, fünf, halb, lang, in links, vier, lang. Und rechts, zwei, über 80, über Hals, hoch, macht zu, bis eins, links, vier. Das ist so. In Kuppe, links, drei, und links, drei, lang, 80. Au. Gut. Rechts, drei, lang, macht zu, in links, eins, lang. Also wenn ich gefahren bin, ist das Auto erstmal im Arsch. In rechts, vier. Nein. Warum dreht sie so rum? Oh Gott, ich bin so schlecht. In links, sechs, in rechts, drei, macht zu, bis zwei, aus, halb. Links, fünf, über Kuppe. Oh, der schiebt mich vor der Räder. Dreh dich doch mal ein bisschen ein, wenn ich hier so ein Heimdremmenze losse. In rechts, auf, rechts, links, sechs, über 80, macht zu, kehre, links. Ah ja, oh, ah, bleib doch mal. Und rechts, fünf, macht zu, kehre, rechts, lang. In links, vier. Bleib doch eingedreht. Rechts, sechs, 60, Kuppe. Links, sechs, links, vier, im Tunnel, 80. Diese Spiegel ist doch echt ein bisschen, ein bisschen enger. Rechts, drei, lang, 60, Kuppe. Bleib doch mal ein Feinabend. Oh, oh. In rechts, fünf. Oh. So wende ich auch immer eine Super-Fachplatz. Rechts, sechs, in links, drei, lang, macht auf und macht zu. Halt, da. Rechts, vier. Und rechts, drei, halb, lang. Also ihr müsst doch, ich probiere mir das, so ein Keyboard-Cam oder sowas. Und ihr seht, dass ich schon längst, gelangt, längst gedrückt habe. In links, fünf, lang, 100. Achtung, komme. Vielleicht Sprung, 60, links, drei, lang, 60. Oh, ich habe keinen Rad mehr, von der das lenkt er vielleicht nicht. Hümmel, darf ich mal einen Reifen schaden? Ich glaube nicht, dass der einen Reifen schon repariert hat. So muss ich das anfühlen. Rechts, drei, lang, 100. Lenk, greife nicht mehr. Geht einfach weg. So. Links, eins, lang. In Achtung, rechts, zwei, täuscht Ausfall, Überkreuzung, macht auf. In einem Rad lenkt sich halt so schlecht. In rechts, zwei, bist du zählst? Ähm. Nein, nicht da hoch. Hallo, darf ich mal rückwärts? Vielen Dank. Es ist hinter uns. Stell dir vor, du Idiot. Da brauche ich mich nicht voll. Ja, ich würde sagen... Sieht doch gut aus. Aber Platz 6 ist halt immer... Ich bin immer Platz 6 oder Platz 5, wenn ich Glück habe. Das ist ja ganz normal. Ich glaube, da muss ich echt mit Gamepad fahren oder sowas. Untersteuern, das wollte ich mal vorlesen. 4, 3, 2, 1, Vorsicht. Links, 4, 6, 6. Jetzt ist hier Schnee. Rechts, 3, lang. In links, 2, macht auf. Und rechts, 4. Gar nicht. Komm, geht raus. Ist so schnell. In links, 1. In rechts, 3, lang. In links, 2, halb lang. In links, 160. Man sollte die Handbremse erst ziehen, wenn man in die andere Richtung... Im G. Das ist die Call of Duty, Lord. Rechts, 3, über 80. Mach zu, bis 1,60. Man sollte die Handbremse erst ziehen, wenn man... Ähm, ja. Ja, okay. Darf ich mal? Hallo? Ich würde gerne auf die Straße zurück. Oh. Gut. Okay. Hm. Hm. Gut. Gut, äh... Ja. Und rechts, 4. Mhm. Sie sind komplett ausgeschieden. Fahrhilfen, was für Fahrhilfen? Braue ich nicht. Wahrscheinlich sind alle an. Ich bin trotzdem schlecht. So, ja, komm, ja. Oh, Finnland-Rallye oder sowas. Das ist halt auch echt übel. Das sind halt links und rechts gehen so in den Graben runter. Ja. Und das Auto hakt sich halt voll ein. Aber fährt sich angenehmer definitiv als... Ja, okay, erst mal so was auch schon. Ähm, fährt sich angenehmer als, ähm, der, der, der Astra. Ich glaube, ich bin hier umgeguckt. Und das ist nur um rumschwänzeln. Guck mal, muss man auch noch aufrufen. Keine Achtung. Oh, mein Gott. Oh. 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 Was ist das denn? Das ist zwei Sprecher. Ah, nein, nein, nein. Das ist wieder einmal... Ne, rückwärts. Hallo, rückwärtsgang. Danke. Kuppe. Kuppe. Rechts vier halt lang runter. Kleine Kuppe, Sprung. Links viel über Kuppe und Welle runter. Links viel über Kuppe und Welle runter. Links rechts über Kuppe, Sprung. Links rechts über Kuppe, Sprung. Links reinig schneiden. Macht auf. Verkreuzung. Und dann Achtflächen. Überkreuzung. Ja, ja, ja. Wir bleiben doch mal auf der Strecke. Achtung mit Sicherheit über Kuppe, Sprung. Kleine Kuppe, Sprung. Rechts fünf über Kuppe, Sprung. Nicht schneiden. 40. Kuppe. Rechts sechs. Mach zu bis vier. Halb lang. Acht. Nicht über Kreuzung. Mittig halten. Über Kuppe, Sprung. 40. Rechts fünf. Mach zu bis vier. Nicht schneiden. Über Kreuzung. Kuppe Welle. Und links vier. Halb lang. Über Kuppe. Mach zu. Über Kuppe. Vorsicht rechts vier. Mach zu bis drei. Land. Über Kuppe. Nicht schneiden. Achtzig. Über Kreuzung. Über Kuppe. Links drei. Nicht schneiden. Über Kreuzung. Mach auf. Über Kuppe. Nur 15 Sekunden langsamer ist es nicht so schlimm. Das ist so. Mittig halten. Über lange Kuppe. Sechzig. Über Kreuzung. Kuppe. Sprung. Links halten. Über Kuppe. Sprung. Über Kuppe. Über Kuppe. Über Kuppe. Über Kuppe. Voll angelenkt. Das bringt nichts. Oh. Irgendwas fährt da sich komisch gerade um. Ich bin vielleicht nicht mehr gerade. Achtung links vier. Halb lang. Über Kuppe. Sprung. Schlaf. Bei Ausgang 100. Über Kreuzung. Oh. Das war ganz so schlecht. Oh. Das war schlecht. Himmel. Hallo. Hinten links auch. Das wäre so komisch. Weil hinten links wir drei mehr haben. Gut. Bleiben noch drei angetriebene. Dann Bahnrad. Vielleicht bin ich wieder. Alter. Bleibt noch mal auf der Strecke. Wenn ich über fünf Minuten bereise, ist es mindestens. Ich verstehe meine eigene Stimme. Ich verstehe meine eigene Stimme. Ich habe lauter sein Gequatschen. Hinten. Hinten. Flüssiger. Wart du bis vier. Versäuft. Über Kuppe. Sprung. Mach auf. Kuppe. Vielleicht die Brunft. Rechts vier. Mach zu bis drei. Über Kuppe. Nicht schneiden. 60. Bleib. Auf der. Rechts sechs. Kuppe. Welle 60. Die Kuppe sind echt ätzend. Ich kann nicht lenken. Ja. Hallo. 36.32. Das ist ein schlechtes Zeichen. Oh, hey. Oh. Hä? Hat es den Reifen repariert? Sieht gerade so aus. Komisch, okay. Ja, 8er sogar. Oh Gott, echt. Mhm. Aber zumindest kein Totalschein. Hey. Das ist ja schon mal ein echter Fortschritt. Was hast du? Deine Kopfhörer oder eine Heimkrieg-Anlage? Dann stell deinen Audi. Ja, danke. Ja, das ist ein Achter von SSD. Dann kann man die Tipps nicht mehr lesen. 4, 3, 2, 1. Vorsicht. 200 Lichtschenkruppe. Rechts 6, Lach 100. Links 4, Halb, Lach über Kuppe, Sprung. 200. Mittig, Halb, Lach über Kuppe, Lach, Sprung. Das ist ein Vorsicht gefahren jetzt. 150 durch Senke, Mittig, Halb, Lach über Kuppe, 80. Ich habe so viel geraden. Links 5, Halb, Lach über Welle. 40. Vorsicht, rechts 5, Lach über Kuppe, Sprung. Verläuft durch 6, kleine Kuppe. 40 über Kreuzung, links 3, Lach. 100, Kuppe, Sprung. Rechts 6, über Kuppe, Sprung. Mach zu, bis 5, Lach, 40. Links Halb, über Kuppe, Sprung. 60, Welle. Achtung, Mittig, Halb, über großen Sprung. Links 600, rechts 6, über Kuppe, 80. Durch Senke, Achtung, Kuppe, gleich Sprung. Links 6, 60, 90 Grad rechts. Nicht schneiden. Ich habe mal die Video-Quatsche. Warte, war links oder rechts? Rechts 5, Lach, über Kreuzung. Mach zu, bis 4. Das war fast der Schluss gewesen mit Übernett. Ah, Link. Die Bumme. Links 5, über Kuppe, vielleicht Sprung, nicht schneiden. 80, rechts 5, mach zu, bis 4. Über Kuppe, nicht schneiden. 40, Kuppe, links 6. Achtung, Mittig, Halb, über großen Sprung. Links 3, Halb, Land, mach auf, über Kuppe, 80. Juhu, anlenken, lenken. Rechts 5, Lach, über 2 kleine Kuppe, 100. Hier, extra. Hallo. Nein. Wie fährt der hin? Magisch, wird er auf den Bäumen angezogen. Achtung, links 4, über Kuppe, vielleicht Sprung, über Kreuzung. Nicht schneiden, 150. Rechts 5, Lach, über Kuppe, vielleicht Sprung. Ah, bleibt doch. Hufrausstrecker. Himmel, das ist immer krass. Rechts 6, links 6, über Kuppe, 40. Vielleicht Sprung, über Kuppe, 130. Wenn wir da hier vierküren springen. Links 4, über Kuppe, 250. Gradlinig durchs Enkel. Rechts 3, Halb, Land, mach zu und mach drauf, Kuppe. Rechts 6. Ja, das ist auch ein bisschen starker Sprenz, aber... Achtung, links 4, über Kuppe, vielleicht Sprung, nicht schneiden. Gradlinig. Achtung, links 4, über Kuppe, Sprung. 50, links 3, Land, über Wellen. Da war natürlich dann auch irgendwie verstanden oder irgendwas. 60. Rechts 5, Land, über Kuppe. Lenk, los. Links 5, Halb, Land. 60. Rechts 3, Halb, Land, nach Frau, über Kuppe, 80, über Kreuzung. Links 6, rechts 6, durchs Enkel. Vorsicht, links 2. Rechts 5, über Kuppe, 100. Kuppe rechts 4, ein Land, Kuppe, Sprung. Nicht so dicht. Vorsicht, Kuppe, Sprung, in rechts 6, durchs Enkel. Das ist doch nicht so weit so. Links 4, über Kuppe. Links 4, Land. Kuppe. Nein. 120. Kleine Kuppe, 80. Ich habe gewundert. Vorsicht, mittig halten, über großen Sprung, 80. Aus aus dem Kram. Rechts 2, über Kreuzung. Oh, oh no. Rechts 5, über 100. Mittig halten, über Kuppe, 200. Mittig halten, über Kuppe, Sprung, 40. Links 4, über lange Kuppe. 100. Rechts 6, übersprung, verläuft bis 100, über Welle. Da rennt nicht so viel. Himmel, bleib doch mal nie. Ist schon die Tür weggefallen. Darf ich mal wieder auf die Strecke zurück? Hallo. Was ist denn hier? Aber die hinten wieder, die keine Fail gehabt. Oh, komm. Links. Ich lenke voll links. Das ist ab, aber ich bin voll rechts. Super, das kostet mich wieder total Zeit. Er ist ein bisschen kürzer geworden, oder? Er liest sie und ruhig sein Buch immer nur Platz 6. Das ist echt so ein kurzer. So, wird mein Auto sicher nicht repariert? Was denkst du, du hast den Dreh raus bei der... Nein, hab ich nicht. Definitiv nicht. Versuch mal eine Nacht... Eine Nacht... Ja, wie ich es reparieren möchte. Kühler. Gibt es nicht mehr vorhanden? Ja. 7% in der halbe Stunde, um den 7% zu reparieren. Alter, was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein Luschis? Da tauscht den ganzen Kühler aus, eine halbe Stunde. 4, 3, 2, 1. Vorweg 40, links, 5 halb lang, machen zu bis 3. Rechts 3, lang, über Kuppel, verläuft über Kreuzung, nicht schneiden. Links 5, über Kuppel. Rechts 3, 40, Kuppel. Achtung, über Kuppel, vielleicht sprocken. Rechts 4, halb lang, machen zu. Links 4. Mittig halten, über Langkuppel. Links 4, 80, nicht schneiden, 60. Achtung, rechts 3, lang, mittig halten. Mach zu, über Kuppel, 60, lang. Kuppel, vielleicht sprocken. Was? Toll, danke. Links 6, 80, Kuppel. Rechts 6, über Kuppel, Welle. Kuppel, 40, durch senken. Links 3, über Kuppel, nicht schneiden. Rechts 3, macht auf, lang. Oh, links weg. Das ist doch nicht so fast. Oberstrafe 11. Rechts abliegen, 4, macht zu bis 3. Über Kuppel, 80. Rechts 6, halb lang, über Kuppel, vielleicht sprocken. Mittig halten, über Kuppel, Sprung. Mittig halten, über Kuppel. Und Kuppel, 60, Kuppel. Links 3, macht auf, lang. Nicht schneiden, mittig halten, über Kuppel. Rechts 5, macht auf, über Kuppel, verläuft bis zu 130. Macht zu, bis 4, nicht schneiden, rechts. Links 6, halb lang, 100. Links 4, über Kuppel, macht auf, lang, 60. Mittig halten, über lange Kuppel, über Kreuzung. Kuppel, 60. Kleine Kuppel, vielleicht sprocken, 80, über Kreuzung. Rechts 6, über Kuppel, vielleicht sprocken. Verläuft bis 150, über Welt. Kuppel, rechts 5, über Kuppel, lang, 40. Das ist wieder ein Baum gehangen, gehangen, gehängt. Nicht so weit, rechts. Danke schön. Rechts 6, in Vorsicht, links 6, über lange Kuppel, und 6. Jetzt hat er mich ausgehebelt, der Sack. Links 6, über Kuppel, vielleicht sprocken. Achtung, Kuppel, Welle, und rechts abliegen, 4. Kuppel, 80. Kleine Kuppel, und links 5, lang, Welle. Kuppel, vielleicht sprocken. Rechts 5, lang, macht zu, bis 3, über Kuppel. 80. Oh, Leute. Komplett, doch nicht gerade. Links 4, macht zu, bis 3, über Kuppel, 80. Ich kann mir nicht, dass du heute immer einen Full-Ausschlag geben, im Lenker, das ist das Problem. Vorsicht, Kuppel, vielleicht sprocken, nach Kreuzung. Rechts 4, macht auf, über Kuppel, 80, Kuppel. Links 5, über Kuppel, vielleicht sprocken, unter 30. Rechts 6, verläuft über 2, kleine Kuppel, Kuppel, vielleicht sprocken. Jetzt kann ich noch einmal Kuppel sagen. Links 4, halb lang, Kuppel, vielleicht sprocken. Na. Rechts 5, halb lang, und kleine Kuppel, 80, über Kuppel. Öh, bringt zurück. Rechts 3, über Kuppel, nicht schneiden. Links, rechts, links, rechts. Links 5, lang, macht zu, bis 3, 40. Rechts 4, über Kreuzung, über Kuppel, wieder ins Sprung, nicht schneiden, 80. Halb. Rechts 4, über Sprung, 80, über Kuppel. Links 6, halb lang, mittig halten, über Kuppel, 200, durchsenke. Achtung, bremsen, mittig halten, über 2, Kuppel, und 90, Kattings, nicht schneiden. Mittig halten, bei langen Kuppel, 60, 60. Ach, ich... Mittig halten, über Kuppel, vielleicht sprocken, 40. Links 4, lang, nicht schneiden, 80. Rechts 4, nicht schneiden, über Kreuzung, macht zu, bis 3, 100, über Kreuzung. Vorsicht, links 6, über Kuppel, vielleicht sprocken, 100. Links 5, innen halten, über Kuppel, 40. Rechts 4, halb lang, weit innen halten, über Kreuzung, kehre, links. 40. Kuppel, vielleicht sprocken, 130. Gerade so rum. Rechts 3, halb lang, über Kreuzung, nicht schneiden, 80. Ja, das ist trotzdem nicht 5. Links 5, 60, über Kreuzung. Links 3, macht auf, 60. Also alles über 5 Minuten kann man echt ziemlich vergessen. Rechts 5, halb lang. Bis zielen. Kleiner Kompaktwagen. Ja, 7. Ja, eben alles, alles über 5 ist völliger Schwachsinn. Braucht man gar nicht erst antreten. Ich frage mich, wie man irgendwie echt irgendwann mal so eine 4-Minuten-Strecke hinkriegen soll. Ich meine, da muss ich auch alles komplett auswendig wissen. Ich muss genau wissen, wie stark welche Kuppel ist und... 4, 3, 2, 1, Vorsicht, rechts, halb lang, 40. Links 5, über Kuppel, vielleicht sprocken. Links 6, über Kuppel. 200, über Kreuzung, Kuppel. Spitzwichtiger. Rechts 6, halb lang durch Senkel. Voll die Haftung weggenommen. Kuppel, vielleicht sprocken. 50, über Kreuzung, Kuppel und links halten, über Kuppel. Kuppel. Mittig halten, über Kuppel, vielleicht sprocken. Kuppel, über Kuppel, für Kuppel, Kuppel. 150, über Wellen, über Kreuzung, vorsichtiger Kuppel, Sprung. Mittig halten, über große Sprung. Links 6, über Kreuzung. 60, mittig halten, über Kuppel, Sprung. Mittig halten, über Kuppel, Sprung. 130, Kuppel, über Kreuzung. Links 5, verläuft über 2 Kuppel und macht zu. 100. Ach, aber stell dir vor. Über was, über was geht es? Kuppel, vielleicht Sprung. Links 3, verläuft bis 100, über Kreuzung, nicht schneiden. Kuppel, 40, über Kreuzung. Ups. Keine Chance, voll ausgehengelt. 4, lang nicht schneiden. Links 5, lang, über Brücke, nicht schneiden. Kuppel, 130, Kuppel, Sprung. Rechts 3, halb lang. Hallo, Lenk, Lenken. Ich lenke voll rechts. Ah, mein Rad ist wieder mal weg. Guck an, darf ich mal da raus? Hallo. Kuppel, vielleicht Sprung. Ich lenke volle keine rechts, aber es geht nicht. Raus aus dem Krabben. Rechts 3, über Kuppel, macht raus. Was ist denn Kuppel? Kuppel, wieder ein Sprung. Soll ich jetzt kein Vorderreifen mehr? Rechts 4, halb lang, nicht schneiden. Links 4, macht raus, über Kuppel. Ich lenke voll rechts. Kuppel. Rechts 6, über Relle. Links halten, über lange Kuppel, vielleicht Sprung. Das sieht so dämmerisch nach links greifen. Mittig halten, über großen Sprung, in rechts 6. 40, Kuppel, 40. Links 50. Rechts halten, durchs Henke, Kuppel. Links 4, macht zu, über Wellen, über Kreuzung. 60. Links 4, macht auf und verläuft über Kreuzung. Kuppel, Welle. Rechts 4, lang. Links 6, über Kuppel. Das ist voll rechts. Rechts rechts schneiden. Links 5, über Kuppel, vielleicht Sprung. Rechts 6, durch Senke, über Kreuzung, Kuppel. Links 5, in Senke. Rechts 6, nicht schneiden. Links 5, macht raus, über Kuppel. Rechts, 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 rechts. Ach so, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich fehlen zwei Reifen. Das erklärt uns nicht einiges. Aber ich glaube, das wird, oh, Leute. Rechts 6, durch Senke. Kuppel, 60, rechts 3, und Kuppel. Jetzt zieht er mal rechts, also brummt. Entschuldigung, wenn er links nur noch angetrieben ist. Links 6, über 100. Das kann ich so vergessen, ey. Bleib doch auf der andere Richtung. Aber wie ist das, hat die Reparatur Reifenschein? Ich habe nichts repariert. Ich habe keine Reifen mehr. Links 5, über Kuppel Sprung. Links 6, nice. Links 6, links. Links 5, über Kuppel Sprung. Links. Links. links bleibt doch mal auf der strecke rechts rechts über Kuppe, Sprung, Achtzig links, vier, halb Lappen links, rechts Kuppe links das ist echt zu fassen rechts, drei Lappen Kuppe, rechts, drei Lappen Himmel Kuppe, Mund Kuppe, runter oh, lenkt doch links, rechts über Kuppe, nicht schneiden links links rechts, vier, hinten ein hier musst du dich noch umdrehen darf ich mal nein ich bin ich bin in der strecke zurückgekommen 130 bis Ziel links links h h h Gott, das ist echt so ein purer Stress dieses Spiel aber ich bin immer nicht letzter geworden ich bin sogar Achter geworden immer gut jetzt bin ich das Geld verdient Turbo Upgrade 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 die Upgrade die Upgrade hallo ich bin die Upgrade ähm nein wir fahren nicht mit dem nächsten Ford wir machen jetzt hier mal Schluss ähm ja ich bin mal gespannt wie das so bei euch ankommt wie so beschissen wie ich gefahren bin ich würde mal sagen wir sehen uns bei irgendwas in der nächsten Zeit macht es gut Schlesikowski